Adé. Was schaust mich so um? Ich bin schon fett. Macht mir den Weg frei. Ich habe es einig. Mein Chef sagt immer, wenn es weist. Wir haben uns dazu entschieden, weil wir eben den Fachkräftemangel haben, dass wir uns die Unterstützung in der technischen Form suchen. Es ist natürlich kein Ersatz, aber es ist eine Erleichterung für die Kellner. Der Roboter ist wahrscheinlich die Zukunft. Aber eine schöne, nette Bedingung ist fast schön. Es gibt keinen Ersatz. Aber es geht. Es geht. Bestimmt spart das die Zeit, weil die Bedingung ist immer noch da. Und die serviert das zum Schluss. Und der Roboter, das ist die Zukunft. Die meisten Kunden sind sehr überrascht und aber erfreut und wundern sich, was es da für eine moderne Entwicklung bei uns hier in Dormitz gibt. Und sind jetzt aber nicht abgeneigt, weil ja der Gästekontakt zum Kellner trotzdem noch vorhanden ist. Wir haben weiterhin die Bestellung und die Bezahlung über dem Kellner oder der Kellnerin. Und auch der Kellner ist vorhanden, wenn das Essen dann angefangen kommt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020